Willkommen zurück an dieser Stelle. Letztes Mal ist der Zug hier stehen geblieben. Und ihr wisst nicht, was hier los ist. Aber ich höre laute Geräusche und da hinten bröckeln Steine. Was? Zum Scheißdreck geht er ab. Das hört sich gar nicht gut an. Sichern Sie ihn. Eine Welle von Feinden nähert sich. Das Radar zeigt noch mehr an. Etwas weiter entfernt. Viel Glück. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Oh. Als ob ich es nicht schon geahnt hätte. Was für Gegner das sein werden. Ich halte einfach mal drauf. Das wird schon hier sein. Kommt nur, ihr Mistkerne. Äh, deinen Dialog wollte ich jetzt zwar gerade nicht sagen. Aber, ja, ihr könnt ruhig kommen. Ich mach euch eh platt. Sterbt ihr erstmal da hinten? Haha, wir sind viel stärker. Wir sind viel stärker. Und wie viel haltet ihr aus? Viel zu viel. Du lebst hier noch? Nein. Doch. Immer noch. Da drüben ist noch welche. Ich kümmel mich erstmal hier um die, die ich noch treffen kann. Weil wenn die zu nah am Zug sind, kann ich nicht mehr schießen. Jeder hat ein Schild. Das muss ich unbedingt durchbrechen. Und mich auch mal hinlegen. Ist hier noch wer? Ja, da ist wer. Ich hoffe, irgendwas stärker ist. Sowas in der Art hatte ich geplant. Ah, ich hab ja hier noch was. So. Etwas explosiveres Geschoss. Das sieht man ja hier. Ja, okay, eher nicht. Ja, ja, geht down. Ihr seid mir viel zu viele hier. Und hier macht da nichts mit dem Behälter. Wenn's geht. Was? Ich muss wieder zurück. Das überhebt mir viel zu schnell. Nein. Nein. Ich muss euch hier von Ensel vertreiben. Wow. Wie viele? Ja, ich kann nicht weiter runter zielen. Werde ich mich mal um die Größeren kümmern, weil... Die fügen mir enormen Schaden zu. So, du auch noch? Nein, ihr fügt mir alle enormen Schaden zu. Ich seh' dich nicht. Ach, schade. Nein, nicht schade. Scheiße. Och ne. Das Radar zeigt noch mehr an. Etwas weiter entfernt. Viel Glück. Ich halte sie auf dem Laufenden. Joa, wird besser sein. Erstmal auf euch hier gehen. Ach, das ist viel zu langsam. Ja, ist das schon viel besser. Die Minigun hier, die stationäre. Die ist riesig. Ihr seht's ja selbst. Erstmal die vom Leib halten, die mich hier direkt angreifen wollen. So, ihr wollt hier auch, ja? Dann könnt ihr mal Dauerfeuer haben. Ja, fast Dauerfeuer, bis es halt immer überhitzt. Ah. Wie die Qualmen. Ganz komisch. Würde der Zug weiterfahren, wäre es auch nicht schlecht. So. Da hinten sind noch die anderen. Die restlichen. Ähm. Wie wär's eigentlich, wenn ich da Sprengstoff hinlege? Weil, wenn ihr da absteigen wollt, könnte ich das hochjagen. Mist. Da ist gar niemand. Toll. Hat's jetzt auch nicht wirklich gebracht. Hätte ich eher um mich liegen müssen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ihr mir ein bisschen zu viele seid. Schneider, komm schon. Jetzt auf euch hier. Ah, ich habe vergessen zu wechseln. Ich habe ja schon wieder ein bisschen weggelockt von mir. Einfache Gegner sind es eigentlich auch nicht, obwohl ich hier doch so ein riesen Geschütz habe. Wie viel die aushalten. Wie viel die aushalten. Das mit einer Pistole leitet, die zu besiegen. Oder halt zu Fuß. Da unten ist noch einer. Ich kann nicht weiter runter zielen. Das ist dumm. Da hinten ist irgendwo einer. Was ist da? Da ist noch irgendwie einer. Und der Typ? Cool. Der wird gar nicht angezeigt. Hey, der ist grün. Ja, Waffe benutzen. Nein, nicht das. Ah, aber hier könnte ich was sehr sinnvolles benutzen. Brandgeschosse. Bringt sicher was. Und da hinten ist noch ein Gegner. Ich sehe dich schon, aber...